Es ist 2, ja. Oh mein, du fährst die einzige Zeit. Ähm, das hat Gründe. Ja. Ich stelle gerade fest, dass ich ein Problem habe. Warum? Es ist Samstagabend und ich habe gerade meine letzte Flasche Eisdee. Ich weiß nicht, ob ich noch was zu trinken zu Hause habe. Hm. Hast du Nachbarn bestimmt, ne? Hm. Mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Aha. Ah. Ich bin das voll ungewohnt so langsam zu rennen, Alter. Ich bin das voll ungewohnt so. In Pixel 1 hast du... Ja, fail to connect to server, unknown host. Du hast mich verarscht, Mann. Was für 1.11. Hä? Ja, weißt du, ich bin hier drauf mit 1.11. Kusus drauf mit 1.11. Ich habe doch gesagt, noch einmal neu anmelden im Launcher. Ich habe mich doch gerade erst angemeldet. Ich war doch ausgeloggt. Ja, super. Die nächsten Microsoft beenden und starten. Im Launcher abmelden, anmelden. Ich war ja, ich habe mich ja gerade das erste Mal eingeloggt. Also ist ja nicht so, als wäre ich die ganze Zeit da eingeloggt gewesen. Ja, aber es ist 1.11.2 und Kusus und ich sind ja hier. Ja. Über die 1.12. Also vielleicht eine falsche IP. Während du eingeloggt bist, hast du da vielleicht deinen Namen geändert von deinem Charakter oder was? Ja. Nur als ob ich hier irgendwelchen Namen ändere. So, ich habe mich jetzt neu eingeloggt. Ja. Mach mal Profil 1.12.2. 1.11.2. Und prüfe nochmal die Survival. Ja, das ist doch einfach hier. Ja, das ist einfach nur Zytoxian.e oder nicht? Ja. Ja, jetzt ist die Demo gecrashed da wieder, gell? Ja, das geht nicht. Du hast 2 Kristallsplitter. Geil. Warte, ich guck mal im Stream. Du besitzt aktuell keine Kristalle. Klasse. Das ist mir auch aufgefallen. Unknown Host, Alter, warum werde ich verarscht? Brauchen wir wohl einen anderen Server. Für 2. Geh rüber zu Felix, der gibt dir was zu trinken. Der Felix nicht umgezogen? Also in einer eigenen Wohnung oder sowas? Nein. Was? Nö. Also die sind umgezogen. Weil die in ihrer alten Wohnung schimmeln und so eine Scheiße hatten. Hat sicherlich noch andere Gründe, aber das war auf jeden Fall auch ein Grund, glaub ich. Wieso komm ich hier nicht mehr raus? Neuigkeiten. Ähm. Welcher Lobby bist du eigentlich, Lolli? Hm. Fail to connect to server, unknown host. Hallo. Ich will auch spielen. Dann hast du die Server IP wahrscheinlich gleich gespielt. Ich hab die kopiert. Ich steh einfach bei Mario Party vor dem Tor. Ich hab gesagt Lobby. Wenn du auf die Uhr klickst, rechts klickst. Achso. Äh. Drei. Und dann bei Mario Party vor dem Tor, ja? Ejo. Ey. Du bist grad wie vorbeigelaufen. Bin ich an dir vorbeige... Warum hast du ein Mädchen... Warum hast du ein Mädchen... Was hat das für Gründe, Alter? Ähm, pass auf. Junge, hier ein Geil hat schon ein... Ja, ja. Ja, ja. Hm. Pass auf. Ich hab kein, hm. Einen Minecraft-Account. Gehabt. Hm. Hab ich auch noch nicht. Hm. Und ich hab halt ne Freundin, die spielt grad grad kein Minecraft, und die hat mir halt ihren Account gegeben. Wer ist er eigentlich, ey? Der ist ja geil, ist auf deinen Arsch vorbei. Ja. Kommt alle Skywars. Nö. Okay. Deutsch, nee. Jetzt bin ich Deutsch. Ist überhaupt kein deutscher Server, oder sowas? Nö. Jo, nice, Enes. Ich probier jetzt hier mal was aus. Ja. Hm. Bei mir standest du schon wieder 1,12. Ja, ich hab das jetzt auch grade geändert. Joint nochmal in Server. Ich bin jetzt hier auf dem Server, Alter. Hoffentlich Jump'n'Run. Kann das sein? Ich hab mir jetzt einfach mal gegoogelt, Mann. Wenn man ja alles selber machen muss. Hey, wir sind doch. Wir können ja nix dafür. Wir sind doch zu Töckchen, Alter. Was ist denn los mit dir? Moamed Digimon Digimon Espanol. Warum steht da Moamed? Keine Ahnung. Das ist irgendeine Gruppe. Das hab ich mich auch schon gefragt. Das ist Digimon Masters. Und wenn du das halt eingibst, dann kommt Moamed. Keine Ahnung. Vielleicht der Ersteller der Gruppe oder so. Hm. Und droppst du noch die TS-IP? Achso. Ah, TS-IP. Ja. Ist die IP. Ja, aber ihr müsst raffen wie man hier spielt. Ich hab keine Ahnung. Das ist jetzt irgendwas von über die 1,12 geholt, Alter. Ich hab das einfach gegoogelt. Weißt du, Lukas, was dein Problem war? Nein. Du hattest ein, ähm, ein Leerzeichen-Force-Talkschen als du das kopiert hast und rein kopiert hast. Ja. Locker nicht. Doch. Locker. Wett'n? Probier's doch mal. Kopier's doch mal rein, mach vorne das Wertzeichen weg. Also, Dinger, eh, das hat's geschrieben. Ja, aber jetzt hab ich Bock auf Jump'n'Run. Wer hat schon... Dinger, dein Minecraft leckt ja wie Scheiße, Alter. Jo. Hey, das ist bei mir aber nicht. Das sieht das extrem komisch aus. Hey, ich seh's, ich seh's auch gerade, what the fuck. Hey, bei mir ist das nicht. Wolle ich gehabt, Alter. Ich kann mal diesen Shader ausmachen. Gut, luck, Enos, beim Zugucken. Äh, Grafikeinstellungen, Shader-Einstellungen. Also, EC-Option, Grafikeinstellungen, Shader-Einstellungen. Hä, aber warum? Achso, ich muss auch okay drücken. Also, ich hab den jetzt mal ausgemacht. Ich bewege mich mal ein bisschen mit der Maus und so. Aber diese... Ich find diese Maps so saukool von oben, Alter. Das sieht's aus an. Junge, ich hab einfach alles runtergeladen, was da war. Boah, das sieht voll nice aus. Bitte liest das Regelbuch. Hier steht eine Vor... Achlo, Enes. Das muss ja Enes sein. Super C17. Ja, jetzt vielleicht normal. Nein, scheiße. Ich hab die Windows-Taste gedrückt. Ich bin auf dem Desktop. Jetzt hab ich irgendwas gestartet. Naja, das ist easy. Okay. Und Mate, wo kannst du hier Jump'n'Run machen? Kein Plan. Ihr müsst das ja rausfinden. Ah, also... Dive Master Timmy. Alles klar. Höh. Ah! Zum Jump'n'Run slash... ...pt... ...jump... ...jump... ...ma... ...cash not found, willst du mich verarschen? Falle, jetzt muss ich den Deathcounter noch kurz ausmachen. Hey, was ist das hier für ne... Apoptoxin4869? Das bin ich, du Vogel. Das bist du? Ja. Apoptoxin4869. Das ist das Gift... Das gibt was Colin geschrumpft... ...oder was Shinichi geschrumpft hat. Diese Truhe als Gesichter. Dingsclips zum Kaufen. Ja, wie mach ich jetzt hier Jump'n'Run, hallo? Ja, entweder mit dem Navigator... ...oder du gibst einen... ...in Chat slash Jump'n'Run. Was für ein Navigator, Alter? Wie kann ich... Hä, warum kann ich mit Ente nicht chatten? Weil du T drückst, musst du Affenkommen. Ja, wenn dann... Junge, das ist für Hurensinne. Wer T drückt zum Chatten, der soll verdammt sein. Und dann Slash TT Jump'n'Run. Jump... Wie schreibt man das denn? Jump... Ja, Jump'n'Run. Also Slash TT Leerzeichen. Ach, TT, Alter, was für TT. Und dann äh, Jump'n'Run. Ja, ich... Ich teleportier mich hier schon. Hallo. Ja, moin. Ja, moin. Aber ich hab keine Fehler, fuck. Aha. Fuck, warum hab ich keine Fehler? Ja, okay, was muss ich jetzt machen? Keine Ahnung, weiter war ich auch noch nicht. Weiter war ich auch... Aber hier, Lukas, hier bin ich. Willkommen bei den Jump'n'Runs. Viel Spaß beim Erkunden. Was sind das denn für Jump'n'Runs, Alter? Ja, ja, Lukas beachtet mich nicht mehr. Ne, ich hab grad gechattet, was? Hallo. Ja, moin. Du bist aber hier richtiger Scammer. Ne, das ist ja kaum von einer Freundin von mir. Kommt. Ennis, wo bist du? Ja, wo muss ich denn hin? Weißt, hier wird man direkt... Hier wird man direkt, äh... Hier geholfen. Schwer, hart. Irgendein Typ hat ge... Hä? Jo, Shoutout geht raus hier an euch beide. Ja, wo ist denn Ennis? Hä? Kann man nicht so ne... Kann man so ne Party machen? Ach, ist Ennis C super super... Ja, du bist ja auf nem komplett langen Stauch. Ich muss kurz... Ah, danke. Save-2-Über-Activator? Was ist das überhaupt, Alter? Ja, komm, Lukas, beweg' dich. Ja, ich muss kurz Duck'n auf C machen, sonst sterbe ich hier. Beweg' dich. Ich glaub du Duck'n auf C machen musst, Alter, in welcher Welt lebst du? Du? Duck'n ist Standard C. Nein! Doch. Hilf? Was für Schiff, Alter, da brech' ich mir den Finger ab. Wo kann ich den Chat ändern? Ja. Ja, übrigens, da bin ich vielleicht grad unangefallen, weil ich den falschen Weg gelaufen bin. Bin ich grad blind oder so? Ja, übrigens, wenn man verreckt, dann ist man wieder ganz weit am Anfang. Sprint? Wo kann ich denn hier den Chat einstellen? Sag mal, Ines. Warum hast du den Namen super... Direkt die Fellow von Minecraft. Spiel ist voll geil. Ja, wir zocken hier Jump'n' Around, Alter. Ist voll nice. Glaube ich, keine Ahnung. Open Chat, da ist es ja. Enter. Oh. Oh, gut, tschüss. Okay, bin da. Aber man kann ja mittlerweile eh seinen Namen irgendwie ändern oder so, ne? Ja. Mach rechtsklick auf das Schiff. Oh, ich seh grad, das wird grad im Stream übel verpackt, oder? Mach rechtsklick auf das Schiff. Warte, ich muss das kurz fixen. Digga. Hm. Ja, Jungs, das ist hier das Haus vom Klaus. Ich warte mal hier auf euch. Ja, Build & Free sollte eigentlich nicht sein. Okay, ne, jetzt hab ich falsch gemacht. Oh, da ist ja die Kuso. Oh, du Lappen. Zeig mal Brüste, Alter. Zeig mal Brüste, Alter. Oh, hey. Oh, hey. Oh, ho, 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 ho. Kuso saves und geil direkt nach hinten. Das ist mir eben auch mit Kuso. Direkt nach Newts fragen. So, jetzt bin ich hier. Ich glaub, der Stream läuft jetzt. Was muss ich jetzt machen? Ach, das ist jetzt hier schon das Jump'n' Run? Ja. Ja. Fuck. Ja, aber hä, das ist ja sau langweilig. Das, was wir damals hatten, war so sau nice. Das geht hier hinten auch weiter. Ja, ja. Wenn du runterfällst, fängst du ganz von vorne. Hier ist ne Scheibe, doll. Ja, moin Chessie. Ja. Läuft das jetzt im Stream? Sag mal kurz Feedback. Auch wenn du Minecraft nicht leiden kannst. Ja, läuft. Muss ich hier lang? Ich glaub schon. Oh ja. Ja. Ich wurde verarscht. Ich bin wieder zurück zum Spawn gejumpt. Mr. Groll Benz bei Tigger Typ 4 Cheating. Ich bin wieder zurück gesprungen. Ah, ich hab die nächste Session geschafft. Ah, warte mal. Hä? Was ist das denn hier? Wie soll das möglich sein? Hä, Lukas? Bist du doof? In die andere Richtung. Das sind doch voll die Einfachen zusammen. Hä, verarsch mich nicht, oder? Ach so, jetzt hab ich gesagt. Hä, wo bin ich denn jetzt? Ach so, ich muss wieder Skylands anklicken, ne? Ja. Was sind das für ein Loser? Was habt ihr euch denn hier rausgesucht? Ja, richtig. Ja, Lukas, ne? Mann, Alter. Du musst ins Haus. Ach. Ich muss hier gleich ein bisschen strafen, Alter. Ein bisschen bunny hoppen und so. Ich weiß, wir sind dumm. Wir müssen ins Haus fahren. Leck mich doch im Arsch hier. Lukas, hast du mitbekommen? Wir müssen ins Haus. Ja, ich... Ich geh jetzt hier zum Haus. Los, Dennis, springen. Mann, was ist denn hier? Ich hab Check Your Recipe bekommen. Ich hab irgendwas freigeschaltet. Ein Boot oder so. Alter, meine Heizung ist einfach im Arsch. Ja, ohne meine Feder kann ich nicht jump'n'runnen, Alter. Gibt's keine Checkpoints oder so? Ich glaub nicht. In das Haus da. Ja, ich weiß, ich ess gerade. Egal. Egal. Hä? Da... Da hin, Alter? Da brauchst du einfach nur rennen, Lolli. Ja. Okay. Hä? Das ist ja Fake, Alter. Hä? Bist du doof? Ich bin kaputt, Alter. Ich weiß, warum Lukas kein Minecraft-System wollte. Was muss ich da machen, Alter? Geradeaus springen. Was für geradeaus, Alter. Hör die Fresse. Ich weiß, ey. Ich weiß, ey. Alle warten. Hier ist er auf Lukas. Weißt du, sonst ist Lukas immer so Top-Tracker in allen Spielen, Alter. Und jetzt einfach letzter Mann. Na, Lukas? Geht's hier rein, oder was? Ja, aber hier war ich doch schon. Dann bin ich zurück zum Spawn gejumpt. Hä? Wenn du stirbst, dann spawnst du automatisch am Spawnen wieder. Achso, Leute, ich muss hier lang. Ja. Ja. Hab verkackt. Ja, wie sieht's aus, äh? Demo? Der gibt's jetzt schon auf, Alter, in der Zeit. Ja, dieser Server, der ist nix für mich hier. Ja. Wie springt man da, Alter? Mild X. Du dachte schon 99k Fahrrad. Ey, du willst mich doch feige... Ist das dein Ernst? Ey, wenn du jetzt hier schon verzweifst, dann darfst du die letzten... Mann, das kann ja lustig werden, naja. Ja. Jawoll. Ich bin ein Biest, Alter. Das ist noch nicht fake. Ja, guck mal. Jetzt geht's los, hier. Speedrun hier, Alter, was soll's. Zack, zack, keine Pause hier. Hier wird durchgehustelt, Alter. Gibt's hier Checkpoint, Checkpoint? Ja. Man ist instant down, wenn man jetzt hier rund fällt? Ja. Ja. Ja, hey, Witz, aber... Da werde ich auch gleich mal im Chat hier reinflamen. Da werde ich mal gegen chatten. Ah, klar, er rennt einfach mal nicht. Und so. Ja, ja, voll über Minecraft. Ja, Lukas, wollen wir das heute nochmal schaffen? Ja, klar. Na, guck mal, Einstellungen. Sound-Einstellungen, Chat-Einstellungen. Alter, pass auf. Nettes Game, Alter. Warte. Navigation. Mama, Platz, Fetty. Mama, Platz, Fetty. Ja, das ist unmöglich, Alter. Ach, das ist unmöglich, okay, warte. Hab's geschafft. Ist nicht machbar. Warte. Ich mach Counter-Strike mäßig. Ja, siehste. Ja, dann ist das easy, Alter. Wenn man die richtigen Techniken kennt, weißt du. Ja. Weißt du, wie man das eigentlich hätte machen sollen? Ne. Äh, einfach durchrennen. Ne, gar nicht springen, oder was? Ne. Da wurde ich verarscht. Da wurde ich hart verarscht. Oh, oh. Ne, Alter, alles neu. Warum keine Checkpoints? Was ist denn mit den Leuten hier los? Hallo, Skylines? Was ist mit los mit euch? Ja, sorry, Enes, aber hier ist echt... ...globale Elite unterwegs. Oh, ja, ja, Movement good. Ja. Ich muss mir erst mal ein bisschen warm-up sagen. Ich muss mir erst mal ein bisschen warm-up sagen. Ich meine, wie groß ist denn? Wenn ich dann da ganz hinten bin, will ich nicht einfach nochmal alles von vorne machen. Ja, aber was kriege ich denn hier, wenn ich jetzt hier gewinne? Gar nicht. Ne? Wie? Wie? Ja, was für durchrennen geht gar nicht. Ey, Junge, soll ich jetzt wieder kommen und dir das zeigen? Ja, ist ja fake. Ja, ich komm. Warte. Vielleicht? Ja, da wird noch ein Video folgen. Ja, ich hab's jetzt irgendwie geschafft durch Bug. Hat's denn, äh, XP-Vermalle? Da werde ich auf jeden Fall noch ein Video folgen lassen, also zu Skylines, oder wie die heißen. Oh, oh, oh. Woah. Fucking hell, Alter. Aber Lukas, wir müssen das richtig authentisch machen. Und so, Digga, war's. Skylines, wen wollt ihr ficken? Echt? Wen wollt ihr ficken ohne Checkpoints, Mann? Und ungespielt ins Thumbnail, weil... Ja, auf jeden Fall, allein wegen Minecraft, ja, ja klar. Lolli, wo bist du hingegangen? Echt? Irgendwie ist meine Steuerungstaste, glaub ich, kaputt. Äh, ich hab... Ah ja, klar, die Steuerungstaste. Ja, die ist halt... Ach, ne, ich bin behindert, ich will die ganze Zeit mit Steuerung schiften dabei. Schifte mal mit... Ach so, die... Ach, du meinst STRG. Ja. Ich dachte Steuerungstaste, so Joystick mäßig. Mein Joystick ist kaputt. Ja, Jungs, schade, kann kein Minecraft mehr spielen. Aua! Oh, jetzt muss ich ja hier lang, kenn ich schon. Okay, Jungs, danke schön. Oh, da muss man sich aber ganz schnell muten. Hey! Du schreit! Boah, jetzt gibt's... Jetzt kriegt... Jetzt gibt's von Cusos Mama... Maverick und Cuso kriegen jetzt Schläge. Weißt du, er ist nur... Er ist nur zu Gast, so kriegt auch Fäuste. Von Mama Cuso. Ja, Mann. Ey, willst du mich verarschen, Alter? Ne, ne, du. Ja, hier, Leitern, das ist mein... mein...